Hi, ich bin Mandy und ich will dir kurz zeigen, wie ich mit der Vectron Mobile App arbeite. Oft bekommt man ein fertig eingerichtetes Smartphone mit der vorinstallierten Mobile App. Wenn nicht, kannst du einfach die App aus dem Android Play Store oder dem Apple App Store herunterladen. Such einfach nach Vectron Mobile App. Der Download kostet nichts und die App ist voll funktionsfähig. Im Demo-Modus kannst du fast alle Funktionen ausprobieren. Durch ein paar Eingaben in den Einstellungen der App und nachdem sich die App dann mit der Kasse verbunden hat, wird aus der Demo die Vollversion. Bevor du zum ersten Mal loslegen kannst, sind ein paar Einstellungen in der App notwendig. Die globalen Einstellungen gibt in der Regel das Unternehmen vor. Wenn hier noch nichts eingetragen ist, frag einfach vor Ort nach. Unter den Bedienungseinstellungen kannst du Optionen für den Workflow festlegen. Dabei ist entscheidend, ob du dich bereits als Bediener angemeldet hast oder nicht. Wenn nicht, dann änderst du hier die Standardeinstellungen für die App auf diesem Gerät. Wenn du dich schon als Bediener angemeldet hast, änderst du hier die Einstellungen nur für deine Bedienernummer. Das macht Sinn, wenn mehrere Bediener das gleiche Gerät nutzen und lieber mit verschiedenen Vorgaben arbeiten. Wenn du mit euren Speisen und Getränken vertraut bist, kennst du vielleicht nicht nur die Produktnamen, sondern auch die Artikelnummern. Dann kannst du die Eingabe beschleunigen. Statt erst die Warengruppe aufzurufen und dann durch die Listen zu scrollen, gibst du einfach die ersten Zahlen der Artikelnummern ein und der Artikel erscheint direkt in der Auswahl. Dazu aktivierst du die Option PLU nutzen. Möchtest du diese Suche nicht nutzen, lässt du die Option besser abgeschaltet, weil du sonst an einigen Stellen die automatisch aufspringende Eingabetastatur immer wieder wegdrücken musst, um den vollen Screen für Auswahlfenster zu sehen. Ich finde die Suche aber sehr praktisch und lasse sie deshalb immer angeschaltet. Hier kannst du auch einen Rückgeldrechner aktivieren. Das macht vor allem Sinn, wenn bei euch viel mit Bargeld gezahlt wird. Damit er funktioniert, müssen an der Kasse entsprechende Einstellungen vorgenommen worden sein. Mit dieser Funktion wird parallel auch der Trinkgeldrechner aktiviert. Finde ich gut, besonders wenn viel per Karte gezahlt wird. Wenn du nicht gerade im Demo-Modus bist, ist deine Anmeldung erforderlich, bevor es weitergehen kann. Eigentlich logisch. Dazu wählst du den Bediener-Button, gibst deine Bedienernummer und PIN ein. Deine Nummer und PIN erfährst du von deinem Vorgesetzten. Bei Schichtende kannst du dich hier auch wieder abmelden. Beim ersten Start musst du auch noch den Drucker wählen, auf dem deine Bonks herauskommen. Diese Einstellung änderst du später nur noch, wenn du einen anderen Drucker benutzt. Wenn ich zum Beispiel auf der Terrasse bediene, ist da ein zweiter Drucker viel näher als der Drucker drin. Einen Tisch kannst du erst öffnen, wenn du als Bediener angemeldet bist. Am Anfang ist die Tischliste meist noch leer und du öffnest den ersten Tisch über die Plus-Taste. Die App fragt nach Tischnummer und Anzahl der Gäste. Wichtig ist die Tischnummer. Ob ihr die Anzahl der Gäste auch mit erfasst, kann dir dein Vorgesetzter sagen. Damit kannst du die Bestellung am Tisch starten. Überleg dir eine Strategie, wie du die Bestellungen abfragst. Ich finde es am einfachsten, zunächst die Getränke und dann die Speisen zu erfassen, damit ich nicht ständig zwischen den unterschiedlichen Produktgruppen hin und her springen muss, auch wenn das natürlich geht. Das Eingabefenster der Mobile App unterscheidet sich, je nachdem, ob du bei den Einstellungen PLU nutzen aktiviert hast oder nicht. Wenn du die Nutzung der Artikelnummer aktiviert hast, kannst du direkt anfangen, die Artikelnummer einzutippen. Oft reicht schon die erste Zahl, um das Produkt in der Liste zu finden. Ist die Liste länger, kannst du dir die zweite oder dritte Ziffer eintippen, um nicht scrollen zu müssen. Du bonierst den Artikel einfach durch Antippen des Namen. Die Bestellmenge erhöht du durch mehrfaches Antippen. Die Bestellmenge reduziert sich, wenn du die Zahl links vom Artikelnamen antippst. Durch das Tastatursymbol schaltest du zwischen den normalen Bestellmodus über die Warengruppe oder der Auswahl über die PLU-Nummern um. Bei Getränken kenne ich die Nummer meistens und bleibe in der PLU-Auswahl. Bei Speisen habe ich die Nummer mitunter nicht alle und wechsel dann gerne in den normalen Bestellmodus. Die Namen der Produktgruppen und Artikel machen es mir hier leichter. Alternativ kommst du auch über die Produktnamenssuche schnell ans Ziel. Du kannst sie aber nur nutzen, wenn du in den Einstellungen PLU-Nutzen aktiviert hast. Zur Suche nach dem Produktnamen klickst du auf die Lupe und gibst die ersten Buchstaben des Namens ein. Die Auswahlliste verfeinert sich. Je mehr Buchstaben du angibst, klickst du dann den Artikel an, springt die App in den üblichen Bestellmodus zurück. Bei der klassischen Bestellerfassung ohne die Suchfunktionen findest du oben im Screen Obergruppen für Getränke, Speisen und weitere. Jede Gruppe öffnet Speedbuttons, mit denen du die Auswahl weiter spezifizieren kannst. Auch hier gilt, Antippen des Namens erhöht die Bestellmenge, Antippen des Mengenfeldes reduziert die Menge. Wenn du größere Mengen buchen musst, zum Beispiel 23 Bier, klickst du einfach auf den Artikelpreis rechts vom Namen. Unter Faktor gibst du dann im neuen Eingabefeld die Anzahl ein. Bei einigen Artikeln kommt es vor, dass Beilagen oder eine Zubereitungsart beim Gast nachgefragt werden müssen. Bei diesen Artikeln erscheint automatisch die Auswahlliste mit den möglichen Varianten. Während der Bestellung kannst du direkt zwischen den Produktgruppen hin- und herspringen und so Getränkenachbestellungen während der Speiseaufnahme schneller erledigen. Effektiver ist es aber, wenn du gleich am Anfang alle Getränke erfasst hast. Bei den Ich-nehme-vielleicht-doch-lieber-Gästen verliere ich mit unter die Übersicht. Was auf dem Bon erfasst ist, finde ich dann über die Bon-Taste in der Bon-Übersicht. Hier hast du auch die Möglichkeit, die Bestellmengen zu ändern. Erhöht wird durch Antippen des Namens, verringert durch Antippen der Menge links davor. Wenn du die Bestellmenge auf 0 verringerst, wird der Artikel zwar noch in der Liste angezeigt, aber nicht mitbestellt. Hast du in der Liste Artikel, bei denen die Zutaten frei gewählt wurden, kannst du auch diese ändern. Dazu tippst du etwas länger auf den Produktnamen in der Übersicht, um die Auswahlmöglichkeiten zu öffnen. Das klappt aber nur, wenn du nicht gerade die Eingabetastatur auf dem Bildschirm eingeblendet hast. Ist der Tisch nach der Bestellaufnahme schon geschlossen und damit die Bestellung an die Küche übertragen, ist eine Änderung nur noch über Funktionen und Stornung möglich. Ob du stornieren kannst, hängt von den erteilten Berechtigungen ab. Alle Tische, die du aufmachst, werden dir so lange in der Tischansicht angezeigt, bis die Bezahlung durchgeführt wurde. Dabei haben die Tische unterschiedliche Farben. Hast du einen Tisch zur Bestelleingabe geöffnet, ist er rot. Wenn du den aktuellen Bestellvorgang mit Tisch schließen beendest, wird er wieder blau. Du kannst den Tisch jederzeit wieder öffnen, um zusätzliche Bestellungen für diesen Tisch aufzunehmen. Er wird dann wieder rot, bis du die neue Bestellung mit Tisch schließen abschickst. Zusätzlich können Tische auch in grau angezeigt werden. Diese wurden von jemand anderem zur Bedienung geöffnet. Um einen Tisch abzurechnen, tippst du im einfachsten Fall den Tisch in der Tischauswahl an und wählst die Bar-Taste. Soll mit Karte gezahlt werden, rufst du die Funktionen auf und wählst einen der passenden Kartentypen aus. Wie es dann nach weitergeht, hängt vom Gerät ab, auf dem die App läuft. Läuft die Mobile-App auf einem Spezialgerät wie dem A77 oder dem A920, kannst du die Kartenabrechnung auch komplett an diesem Gerät durchführen. Dann findest du auch einen entsprechenden Button für den direkten Aufruf der EFT-Zahlfunktion. Der eigentliche Zahlvorgang ist der gleiche wie bei einem externen Gerät. Nach Abschluss der Zahlung wird automatisch zur Mobile-App zurückgewechselt und du kannst direkt weiterarbeiten. Ich zeige euch hier mal den Rückgeld- bzw. den Trinkgeldrechner außerhalb des reinen Bedienablaufs. Denn diese Funktionen erscheinen nur, wenn sie entsprechend in der Kasse eingerichtet und in der App aktiviert sind. Der Rechner zeigt den aktuellen Rechnungsbetrag. Du kannst hier bei Barzahlungen den gegebenen Betrag eingeben bzw. bei Bar- und auch bei Kartenzahlung das Trinkgeld zusätzlich angeben. Die App zeigt dann den Rückgeldbetrag bei Barzahlungen bzw. den um das Trinkgeld erhöhten Rechnungsbetrag bei Kartenzahlung an. Manchmal ist die Abrechnung aber auch etwas komplexer. Zum Beispiel bei getrennter Zahlung. Dazu wählst du zunächst den entsprechenden Tisch und gehst dann über die Funktionen auf Tisch separieren. Die Mobile-App zeigt dir alle auf diesem Tisch gebuchten Positionen. In den rechten Feldern kannst du die Mengen auswählen, die der einzelne Gast übernimmt. Die App zeigt dir in den linken Mengenfeldern, welche Positionen nach dem Abzug noch offen sind. Hast du Mengen für den zahlenden Gast eingegeben, kannst du direkt über die Bar-Taste abrechnen oder über weitere die Kartenzahlungsoptionen aufrufen. Um den nächsten Gast an diesem Tisch abzurechnen, führst du die Schritte einfach nochmal durch. Die Mobile-App unterstützt auch Angaben, welche Speisen und Getränke zu welchem Gang serviert werden. Manchmal sollen zum Beispiel Kinder bereits den Hauptgang bekommen, während die Erwachsenen zuerst die Vorspeise erhalten. Diese Funktion steht allerdings nur zur Verfügung, wenn sie entsprechend an der Kasse eingerichtet wurde. Wenn die Gangsteuerung aktiviert ist, kannst du sie bei der klassischen Auswahl der Produkte über die Gruppenauswahl nutzen. Sie funktioniert auch, wenn du über die Artikelnamenssuche gehst. Es geht aber nicht, wenn du die Artikel über die Artikelnummer suchst. Um festzulegen, was zu welchem Gang serviert werden soll, tippst du einfach die Gangtaste 1, 2 oder 3 und gibst dann die jeweiligen Produkte ein. Der Gang bleibt so lange gewählt, bis du die nächste Gangtaste antippst. Du kannst auch zwischen den Gängen vor- und zurückschalten. Die Servierreihenfolge wird entsprechend auf dem Bon angezeigt und an die Küche geschickt. Das waren auch schon die normalen Bedienvergänge. Neben den Grundfunktionen können dir manchmal ein paar weitere Möglichkeiten begegnen. Sie werden dir über besondere Symbole angezeigt. Ein kleiner gelber Stift über dem Preisfeld zeigt an, dass du hier den Preis anpassen kannst. Das kann sinnvoll sein, um Rabatte bei Reklamationen zu gewähren oder Stammkunden-Nachlass zu gewähren. Für welche Produkte das möglich ist, wird über die Kasse festgelegt. Ein kleines Menü-Symbol über den Preis bedeutet, dass du hier zusätzliche Artikelinfos eingeben kannst. Ich habe das oft, wenn ohne Zwiebeln, ohne Knoblauch oder ähnliches gewünscht ist. Der Text erscheint dann mit auf dem Bon und wird entsprechend an die Küche gegeben. Mitunter erscheint am unteren Bildschirmrand ein rot unterlegter Infobalken. Zum Beispiel mit dem Text Modifier aktiv. Er ist ein Hinweis darauf, dass aktuell eine Aktion läuft. Zum Beispiel eine Happy Hour, in der die Artikel aus dieser Gruppe automatisch für einen bestimmten Zeitraum mit einem reduzierten Preis gebucht werden. Dieser Balken ist eine reine Info und erfordert keine Eingabe. Zum Beispiel mit dem Text Modifier. mit dem Text Modifier. Vielen Dank.